wird in die Sendung durchgestellt. Einen wunderschönen guten Morgen ihr Lieben und das ist meine allerletzte Stunde hier bei AstroTV im August. Und ich freue mich, dass ihr jetzt hier mit mir diesen Morgen verbringt live bei AstroTV. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal gemeinsam in mein Set. Ihr kennt es ja von mir und wir starten jetzt mit dem Blitzlichtgewitter, mit meiner Blitzlichtrunde in diese Sendung mit hohen Energien. Hier heute meine allerletzte Stunde und bitte, ich würde mich freuen, wenn wir diese Stunde zu einem riesengroßen Fest machen mit euch. Hier heute Morgen live bei AstroTV von 9 bis 10. Dann bin ich erst mal weg von der Bildfläche für August und freue mich jetzt auf ganz, ganz, ganz viele tolle Gespräche mit euch. Auf ganz viele Blitzlichter hier heute Morgen mit euch, weil die Blitzlichter, die tollen Blitzlichter seid ihr da draußen. Und diese Blitzlichter möchte ich jetzt ganz viel mit ganz vielen tollen Beratungen machen hier und erwischen einfach. Hier heute Morgen ganz, ganz klar. Ja, bumms, da kommt wieder die Gisela unten, die berät gerade noch. XXL, habe ich gelesen, ja. Und wir sind jetzt hier im Blitzlicht. Klare Frage, klare Antwort. Deine Glücksmomente, dein Herbstglück oder den Rat der Engel. Was darf es denn für dich sein? Du entscheidest jetzt hier heute Morgen. Wir sind zusammen und das voller Power, voller Energie, ihr Lieben, das glaubt ihr gar nicht. Ich möchte so viel noch abgeben, so viel Energie hier heute Morgen. Und diese Energie kannst du für dich nutzen in meiner allerletzten Stunde hier bei AstroTV live aus Berlin. Klare Frage, klare Antwort. Glücksmomente, dein Herbstglück oder den Rat der Engel. Einen wunderschönen guten Morgen. Colin spricht. Ja, schönen guten Morgen, Herr Renate. Hallo Renate, guten Morgen. Ist ja toll, ich bin auf richtiger Reise. Ja, ich freue mich auch. Ich gebe gerne mal das Herbstglück. Oh ja, so gerne. Gib mir doch mal bitte einen Stopp. Stopp. Dankeschön. Dann schauen wir doch mal für dich. Hast du schon eine Reise geplant? Ich habe was im Kopf. Ja, bitte buchen und zwar ganz, ganz schnell, weil mir lichtet das absolute Glück auf dieser Reise, ja. Du wirst die übrigens auch nicht alleine machen. Ich weiß nicht, ob du da schon was geplant hast, aber mir liegt hier eine ganz tolle Möglichkeit, mit ganz tollen Menschen eine tolle Zeit zu verbringen auf dieser Reise. Das ist jetzt schon Anfang Herbst, wird das sein, ja. Oh. Alles, alles, liebe dir. Danke dir. So gerne. Ciao, tschüss. Ciao. 01379, 911, 880, da klingelt es gleich zweimal. Ja, perfekt. Wen darf ich bei mir im Studio begrüßen? Ja, guten Morgen, hier ist die Barbara. Guten Morgen, Barbara. Wie schön, dass du bei mir bist. Ich hätte gern meinen Glückstag für die nächsten vier Wochen. Ja, komm, das gucken wir uns an. Gib mir doch mal bitte einen Stopp. Stopp. Dein absoluter Glückstag für die nächsten vier Wochen ist der 31. August. Es dauert noch ein bisschen, aber er wird richtig, richtig gut, kann ich dir sagen, ja. Okay, danke schön. So gerne, ciao, tschüss. Immer so weitermachen. Danke schön, du bist toll. Danke. Perfekt, da ist mein nächster Gast. Wen darf ich begrüßen? Ja, hallo, hier spricht die Petra. Hallo Petra, guten Morgen. Hallo Colleen, morgen. Was darf ich Gutes tun? Ja, ich hätte sehr gerne die Glücksmomente. Oh ja, so gerne. Gib mir doch mal bitte einen Stopp. Okay. Stopp. Dankeschön. Bitte. So, mir liegt hier tatsächlich ein Treffen mit einem Mann. Hast du denn jemanden? Ich bin für halb. Ja, guck mal, sehr, sehr schön. Dann liegt mir nämlich das Thema auf dem Freundschaftsbereich. Ja, ich hätte jetzt gesagt, wenn du keinen hättest, dann wäre das die perfekte Möglichkeit. Aber hier liegt mir eine tolle Begegnung mit einer männlichen Person auf der Freundschaftsebene, wo einfach eine richtig tolle Zeit ansteht, weil ihr seid auch wirklich freundschaftlich so dicke. Ja? Das ist dich jetzt gar nicht, glaube ich. Das kann ich mich überraschen. Alles, alles, liebe dir. Okay. So gerne. Tschüss. 01379 911 880. Da ist mein nächster Gast. Wen darf ich begrüßen? Hallo, lieber Colin. Ah, wie schön. Ich muss dich doch nochmal widersprechen. Ja, ich freue mich. Ja, hast du nochmal wunderschöne Glücksmomente für mich. Aber bestimmt. Gib mir doch mal bitte einen Stopp. Äh, Stopp. Dankeschön. Wir schauen mal hier bei dir rein. Mir liegt die Treue mit deinem Herzenspartner. Aber das weiß ich jetzt nicht, ob du das hören willst. Weil die Treue bei deinem Herzensmann liegt mir hier. Und ihr werdet in eine ganz, ganz tolle Zeit zusammengehen. Es geht nach vorne. Tolle Gespräche. Intensive Gefühle auch auf seiner Ebene. Und hier liegt mir auch tatsächlich sowas, wo wir hier im Fernsehen erst ab 22 Uhr drüber reden dürfen. Ja gut, dann weiß ich, was du meinst. Ja, alles Liebe dir. Ich danke dir, lieber Colin. Ich danke dir. Ciao, tschüss. 01-379-91-1880. Perfekt, es macht so viel Spaß mit euch. Wen darf ich hier begrüßen? Hallo Colin, hier ist Melanie. Glücksmomente, bitte. Ja, so gerne, liebe Melanie. Gib mir doch mal bitte einen Stopp. Stopp. Dankeschön. So, bist du noch berufstätig? Nein. Okay, mir liegt hier nämlich das Glück auf dem finanziellen Bereich. Ja, deswegen hätte ich gesagt, über den Beruf noch mal eine deutliche Möglichkeit nach oben zu gehen. Aber mir liegt zudem hier eine Reise mit Freunden. Ich hoffe auch du, dass du schon was gebucht hast. Ja. Ja? Ich habe noch nichts gebucht, aber ich hoffe. Das wird richtig gut, weil mit Freunden wirst du eine ganz, ganz tolle Reise machen. Sag ich dir ganz ehrlich. Und es wird auch mal etwas weiter weggehen. Gut. Alles Liebe dir. Und wann? Das liegt mir, das lag in den nächsten zwei Monaten schon da. Gut. Tschau. Tschüss. 01379-911-880. Wer holt sich jetzt hier auch noch sein Blitzlicht ab? Hier heute Morgen um kurz nach neun live bei mir im Studio. Wir sind hier wirklich richtig toll zusammen. Einen wunderschönen guten Morgen. Colin spricht. Sag ich dir auch. Guten Morgen. Hier ist Edith. Guten Morgen, liebe Edith. Colin. Kannst du mal bitte gucken auf einen bestimmten Mann, was er denkt und fühlt und wann er sich meldet? Das machen wir. Gib mir mal bitte einen Stopp. Stopp. Dankeschön. Dann schauen wir doch mal für dich. Du, da kommt aber ehrlich gesagt schon eine Meldung innerhalb der nächsten Woche. liegt mir hier, ja, bei ihm tatsächlich. Jetzt gucken wir noch mal kurz auf die Gedanken und Gefühle bei ihm. Also, der wünscht sich eigentlich noch viel, viel mehr, eine viel, viel innigere Beziehung. Der ist gerade nicht so ganz glücklich, kommt nicht so ganz aus sich raus, ja, aber er wird mehr aus sich rauskommen und ihr werdet in eine ganz, ganz tolle Zeit gehen, in eine Zeit mit tollen Gefühlen und einer tollen, wirklich tollen Beziehung. Ich danke dir von Herzen. Ich danke dir. Und ich wünsche dir eine gute Heimreise, ja. Dankeschön, vielen Dank. Ciao, tschüss. 01379 911 880 in meinem Blitzlicht hier heute, in dem Blitzlichtgewitter bei AstroTV. Und mein nächster Gast ist da. Wen darf ich im Studio begrüßen? Hallo Colin, hier ist die Lisa. Hallo Lisa, wie schön, dass du bei mir bist. Kommt noch mal ein Partner in mein Leben? Das gucken wir uns doch so gerne an. Gib mir doch mal bitte einen Stopp. Stopp. Dankeschön. So. Mir liegt hier eine Möglichkeit über eine jetzige Freundschaft, die schon besteht mit einer männlichen Person aus deinem Bekanntenkreis tatsächlich, ja. Da liegt mir am Abschluss das absolute Glück drauf, tolle Kommunikation, eine Kraft und Stärke. Wann wäre das? Maximal zwei Monate. Okay. Ja, wird richtig schön, ihr kommt in eine ganz, ganz tolle Zeit rein, ja. Und du kennst den Mann schon. Das kann ich mir nicht vorstellen. Schau mal hin. Ich glaub schon. Alles Liebe dir. Danke. Ciao. So gerne. Ciao. Tschüss. 01379 911 880. Wer holt sich seine Glücksmomente jetzt auch ab? Wer sichert sich seinen Blick in die Zukunft? Hier jetzt in meinem Blitzlicht, ja? Und mein nächster Gast ist da. Wen darf ich begrüßen? Guten Morgen, hier Christiane. Hallo Christiane, wie schön, dass du bei mir bist. Ich hätte gern bitte die Glücksmomente. Ja. Gib mir doch mal bitte einen Stopp. Stopp. Dankeschön. So, wir schauen doch mal hier bei dir. Ja. Die Glücksmomente liegen bei dir auf dem Bereich, ja, Liebe. Was hältst du denn davon? Sehr gut. Weil guck mal, ich zeig dir das jetzt einfach mal. Ich komm jetzt auch einfach mal nach vorne, ja? Ich komm mal zu dir. Hier das absolute Glücklicht bei dir, ja? Auf dem Thema Liebe. Also du kannst da jetzt echt was erreichen. Und du kannst endlich den richtigen Mensch, den richtigen Mensch kennenlernen, der für dich ist, der für dich bestimmt ist einfach, ja? Okay. Und ich weiß, das wird Zeit, gell? Ja. Ich drück dich mal ganz, ganz, ganz lieb. Danke dir. So gerne. Ciao. Tschüss. Ciao. Oh wow, so tolle Gespräche. Und Liebe ist das aller, allergrößte auf der ganzen Welt. Ich weiß noch, wie es ist, ihr Lieben. Aber achtet auch weiterhin auf das Laufband mit der schwarzen Schrift, da sind alle Teilnahmebedingungen und Mitmachregeln für diese wunderschöne Live-Sendung hier enthalten. Und ich freue mich, dass ihr heute Morgen mit dabei seid an diesem Samstag. Und diesen Ton höre ich am allerliebsten. Wen darf ich bei mir hier im Studio begrüßen? Ja, wirklich im Studio. Am liebsten. Mensch, wie schön, dass du nochmal bei mir bist. Ja, ich freue mich so. Was darf ich Gutes tun? Lieber Colin, bin ich für ihn die große Liebe. Guck mal. Komm, wir gucken mal drauf. Ein Stopp. Stopp. Dankeschön. Ach, herrlich. Die treue Licht hier. Und ich zeige dir das jetzt auch einfach mal direkt so in die Kamera rein, ja. Weil hier liegt die tolle Bindung und Verbindung bei euch. Und vor allen Dingen die Harmonie, ja. Die Harmonie bei euch beiden. Ihr werdet in eine ganz, ganz tolle Zeit reingehen. Und du wartest ja schon einige Zeit. Jetzt ist die richtige Zeit dafür, dass es positiv werden kann und in eine tolle Zeit übergehen darf. Und ist das Liebe bei ihm nun wirklich? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hier die Bindung und Verbindung mit der Harmonie. Die absolute Liebe bei dir. Sehr schön. Ich drücke dich ganz toll und wünsche dir einen wunderschönen Samstag. Ja, wünsche ich dir auch. Danke schön. Und eine gute Heimreise. Danke schön. Du bist ja ganz lieb. Danke schön. Ciao. Tschüss. Wow. Wow. Wer holt sich jetzt auch noch seine Blitzlichtberatung ab? Wer holt sich jetzt seine Glücksmomente ab? Vielleicht möchtest du auch jetzt wissen, wie es bei dir weitergeht. Vielleicht. Ja, perfekt. Das ist mein nächster Gaststund da. Wen darf ich begrüßen? Hallo. Wen habe ich hier im Studio? Hallo. Hallo. Ja, du bist bei mir. Wen darf ich begrüßen? Ja, Claudia. Hallo. Claudia, wie schön, dass du bei mir bist. Was darf ich für dich tun? Der Rat der Engel. Oh ja, so gerne. Das schauen wir uns doch an. Gib mir doch mal bitte einen Stopp. Stopp. Dankeschön. Dann schauen wir doch mal. Ja, und hier liegt der heilige Plan bei dir. Deine Engel haben was ganz, ganz, ganz Tolles vor. Ja, eine ganz, ganz tolle Zeit, die da hier auf dich zukommt. Ja, eine Zeit, wo du einfach mal durchatmen kannst, wo du einfach mal sagen kannst, es wird positiv, weil die Engel haben einen tollen Plan vor dir. Einen Plan, der wirklich gut für dich sein wird und damit du jetzt in eine tolle Zeit blicken kannst. Also mehr geht wirklich nicht. Mehr geht wirklich nicht, ja? Okay, alles klar. Alles Liebe dir. Danke, tschüss. So gerne, ciao, tschüss. 01379 911 8. Das geht ja wie am Schnürchen heute Morgen. Wen darf ich hier begrüßen? Ja, guten Morgen, die Maria. Guten Morgen, Maria. Wie gefällt dir denn die Sendung heute Morgen? Na, du bist ja großartig. Dankeschön. Das muss ich dir schon sagen. Dankeschön. Das macht Spaß, dich zuzuschauen. Oh, das freut mich. Ja, ich hätte gerne die Küx-Momente. Oh ja, so gerne, das schauen wir uns doch an bei dir. Gib mir doch mal bitte einen Stopp. Stopp. Dankeschön. So, dann schauen wir doch mal. Mir liegen hier tatsächlich Begegnungen mit Menschen, die du schon lange nicht mehr gesehen hast, ja? Mit Menschen, die du einfach vielleicht aus der Vergangenheit auch kennst, kann vielleicht auch ehemalige Schulfreunde oder irgendwie sowas sein bekannt. Ist schon gekommen die Woche. Da guck mal. Und das würde in eine tolle Zeit übergehen, in eine grandiose Zeit, in eine beständige Freundschaft auch, ja? Ja, ja. Das ist doch toll, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Das ist toll. Da freue ich mich auch wieder sehr drüber. Alles, alles, liebe dir. Ich freue mich auch. Dir auch und mach weiter so. Dankeschön. Ciao. Tschüss. 01379 911 880. Und wisst ihr was, ihr Lieben? Jetzt kommen jetzt die Infos schon? Kommen die? Noch? Noch nicht? Jetzt holen wir doch... Ach, hier, kaum bin ich vorne, dann kann ich schon wieder nach hinten gehen. Perfekt. Wer darf ich denn bei mir begrüßen? Schönen guten Morgen. Hier ist Marianne. Ich hätte gerne den Rat der Engel, bitte. Ja, so gerne, liebe Marianne. Gib mir doch mal bitte einen Stopp. Dankeschön. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Ja, so gerne. Ich drück dich ganz. Schönen Heimweiß. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Und jetzt geht's in die Infos. Bitte gerne dranbleiben. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen und unter redaktionellen Gesichtspunkten. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Den nicht ausgewählten Anrufern wird dies durch eine Ansage mitgeteilt. Auch in diesem Fall ist der Anruf kostenpflichtig. Die Teilnahme an der TV-Beratung ist nur volljährigen Anrufern gestattet. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Zack, da sind wir wieder zurück. Aus den Infos. Meine erst. Ich komme mir hier kaum zum Reden. Perfekt. So soll es sein. Wen darf ich hier begrüßen bei mir im Studio? Ja, guten Morgen. Hier ist die Anna. Guten Morgen, liebe Anna. Wie schön, dass du bei mir bist. Ja, ich hätte gerne Glücksmomente. Oh ja, so gerne, liebe Anna. Na, gib mir doch mal bitte einen Stopp. Stopp. Dankeschön. Wir schauen mal bei dir. Mir liegt bei dir eine ganz, ganz tolle Energie, die jetzt wieder zurückkommt. Ja, eine Energie der Leichtigkeit. Ja, und eine wirklich tolle Zeit, eine tolle Energie. Weißt du, du hast einfach in der Vergangenheit eine schwere Zeit gehabt und einfach auch ein bisschen Energie verloren, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, jetzt kommt eine Leichtigkeit, eine tolle Energie, eine Kraft und Stärke. Ja. Das ist doch schön, oder? Jetzt mal ganz ehrlich, einfach wieder mit voller Power durchzustarten. Ja, das ist gut. Ich drücke dich ganz doll und wünsche dir einen wunderschönen Samstag. Ja, danke dir auch. Danke schön. Ciao, tschüss. Ja, ihr Lieben. Wer holt sich jetzt die nächste Beratung ab? Wir sind in meinem Blitzlicht. Ihr seht es hier so schön, wie es hier blitzt. Ja, und da ist mein nächster Gast. Wen darf ich mal wieder im Studio begrüßen? Lieber Colin, bevor du abbrebst, muss ich dich doch nochmal fragen. Du darfst mich alles fragen, was du möchtest. Ja, Gedanken und Gefühle von ihm. Ja, das gucken wir uns doch an bei ihm. Gib mir doch mal bitte einen Stopp. Stopp. Dankeschön. Er denkt häufiger an dich, als du das glaubst, wenn ich das mal so sagen darf. Und mir liegt hier auch einfach eine ganz innige Verbindung. Auch wenn er das manchmal nicht zeigt. Er meint es eigentlich, er möchte es eigentlich viel intensiver haben. Er zweifelt nur zu sehr an sich selbst. Aber soll ich dir mal die Karte zeigen, die hier wirklich sehr, sehr explizit raussticht bei dir im Kartenbild? Und das ist die hier. Das sind die Sterne. Die Wunscherfüllung bei dir. Dein Wunsch geht in Erfüllung und der liebt dich und der möchte eigentlich viel mehr. Und der kommt auch mehr auf dich zu. Ja. Das ist perfekt, oder? Das ist perfekt. Ich drücke dich mal ganz, ganz lieb hier. Danke. So gerne. Ciao. Ciao. 01379 911 880. Wen darf ich hier als nächstes bei mir im Studio begrüßen an diesem wunderschönen Morgen, Samstagfrüh. Jetzt sind vielleicht auch die Spätaufsteher schon wach. Vielleicht sind wir jetzt hier gleich schon miteinander verbunden, live im Studio. Hier heute bei mir bei AstroTV live aus Berlin am Wochenende in meinem Blitzlicht. Frage Glücksmomente, Herbstglück oder den Rat der Engel, den Energieimpuls habe ich tatsächlich heute gar nicht dabei. Einen wunderschönen guten Morgen. Colin spricht. Noch mal Christiane. Ja, wie schön, Christiane. Was darf ich dir jetzt Gutes tun? Ich hätte gerne bitte das Herbstglück. Ja, so gerne. Gib mir doch mal bitte einen Stopp. Stopp. Dankeschön. Im Herbst stehen ganz, ganz tolle Gespräche mit wichtigen Personen an, die dir wichtig sind, aber denen du auch wichtig bist, wenn ich das mal so sagen darf. Und mir liegt im Herbst tatsächlich eine tolle Möglichkeit, auch ein bisschen in eine neue Schwingung reinzukommen, in eine neue Energieebene, wenn ich es mal so sagen darf. Also in eine tolle Leichtigkeitsenergie, ja. Auch wenn jetzt im Herbst, wenn man sagt, so ist ja so Transformation angesagt. Es wird sehr schön. Es wird eine tolle Zeit bei dir. Und wie gesagt, tolle Zeit mit ganz, ganz tollen Menschen in deinem Umfeld. Super. Alles, alles. Liebe dir. Danke dir. So gerne. Ciao. Tschüss. Aber achtet auch auf das Laufband mit der schwarzen Schrift. Da sind alle Teilnahmebedingungen und Mitmachregeln für diese wunderschöne Live-Sendung hier enthalten. 01379-911-880 aus Deutschland oder aus Österreich und der Schweiz 0901-050987. In meiner allerletzten Sendestunde hier im August bei AstroTV am Samstagmorgen. Wenn die Sendung hier rum ist, dann fahre ich direkt quasi nach Hause. Koffer steht auch schon im Sender. Also wie gesagt, ich bin eigentlich so gut wie weg. Das sind die letzten 40 Minuten und ich freue mich, wenn wir diese 40 Minuten zu einem riesen, riesen großen Fest machen. Wir zwei, ja. Wir beide zusammen. Wir beide einfach zusammen. Perfekt. Da ist schon mein nächster Gast. Wen darf ich denn hier im Studio begrüßen? Hier ist nochmal die Veronika. Ja, Mensch. Veronika. Wie wunderbar. Bist du so lieb und schaust mal auf mein Herbstglück. Oh ja. Das machen wir doch so gerne. Gib mir doch mal bitte einen Stopp. Stopp. Dankeschön. Dann schauen wir doch mal für dich. Ich habe jetzt eigentlich nur ganz langweiliges, marodes Geld hier liegen auf dem Tisch. Was machen wir damit? Naja. Nehmen wir es mit? Das nehmen wir so, wie es kommt. Das liegt mir sehr präsent hier im Kartenbild mit dem Geschenk, aber auch nochmal eine Möglichkeit, eine Kurzreise oder irgendwie sowas zu machen, wo du auch sehr gut Energie ziehen kannst einfach. Ja, positive Energie für dich, aber wirklich sehr präsentes Thema Finanzen. Also ich sage es dir, wie es ist. Also ja, aber das ist doch super, oder? Ganz herzlichen Dank und eine schöne Zeit für dich. Ja, für dich auch. Komm gut rein und komm bitte wieder. Ja, ich freue mich. Dankeschön. Alles Gute. Ciao. Tschüss. 01379 911 880 in meinem Blitzlicht sind wir hier drin, ihr Lieben. Wer holt sich jetzt seine Beratung ab? Wer holt sich jetzt hier die Möglichkeit ab, mit mir zusammen durchzustarten hier am Samstagmorgen in der Früh? Ja, ihr Lieben, wer sichert sich das jetzt? Wer sichert sich jetzt hier seine Beratung? Seine Beratung hier bei mir live im Studio. Hier in meinem Blitzlicht. Frage Glücksmomente, Herbstglück oder den Rat der Engel. Was darf es für dich sein? Wo fühlst du dich magisch angezogen? Wo fühlst du dich magisch angezogen? Wo sagst du, ja, da hat mein Bauchgefühl sagt mir, ja, das ist es. Das ist es. Dieses eine Thema, was hier unten steht, wo du sagst, ja, dafür verspüre ich einen Impuls, vielleicht auch einen Kribbeln im Bauch. Ja, wenn du sagst, ja, die Glücksmomente sind es, dann lade ich dich hier herzlich ein bei allen Themen, die du hier auswählen kannst. Einen wunderschönen guten Morgen. Colin spricht. Sabine hier, hallo Colin. Ja, guten Morgen. Ich habe dir gerne das Herbstglück. Ja, dein Herbstglück. Das schauen wir uns doch sehr gerne an. Das gucken wir uns doch an. Komm mal hier. Dann nehme ich dich mal mit hier in das Tischchen. Gib mir doch mal bitte einen Stopp. Stopp. Hier liegt mir was ganz Tolles. Und zwar, ich zeige dir das jetzt auch nochmal, ja, weil da liegt mir eine Einladung zu einer Reise. Was hältst du denn davon? Hier, ich zeige dir die Karten mal. Da liegt das Schiff mit den Gesprächen, mit der Einladung und halt eben auch hier im Endeffekt der Brief. Die Einladung kommt zu dir zu einer Kurzreise oder zu einem, ja, einfach zu einem Ausflug. Es wird über mehrere Tage auf jeden Fall sein und es wird richtig schön. Das kann ich dir sagen, mit mehreren Menschen, ja. Okay, danke schön. Es wird richtig, richtig schön. Ich drücke dich ganz lieb. Ja, danke. Tschüss. So gerne. Ciao. Tschüss. 01379 911 880. Wen darf ich jetzt auch mal mit hinter mein Tischchen nehmen, um jetzt hier eine ganz, ganz tolle Beratung zu führen. Hier heute Nachmittag. Heute Morgen. Ich bin schon vollkommen bescheuert, ihr Lieben. Heute Nachmittag bin ich schon auf der Heimreise, ja. Ich fahre jetzt direkt gleich nach dieser Sendung zu mir nach Hause ins wunderschöne, ins wunderschöne Hessen, ja. Aber jetzt möchte ich noch ganz viele Beratungen machen, ihr Lieben. Wo seid ihr? 01379 911 880. Wer holt sich jetzt seine Beratung ab? Wer sichert sich jetzt hier seinen Blick in die Zukunft? Ganz, ganz klar mit meinen Karten hier für dich erreichbar, voller Energie, voller Power. Und es waren schon jetzt so viele Gespräche und so tolle Gespräche, die wir hier heute Vormittag und heute Morgen geführt haben. Und ich freue mich, wenn wir vielleicht gleich schon miteinander hier sprechen, hier live bei AstroTV in meinem Blitzlicht. Und da ist mein nächster Gast. Wen darf ich hier begrüßen? Hallo, Colin, hier ist Gieser. Hallo Gieser, wie schön, dass du bei mir bist. Was darf ich tun? Ja, ich hätte gern die Glücksmomente. Ja, so gerne, liebe Gieser. Gib mir doch mal bitte einen Stopp. Dankeschön. So, bei dir liegt das Thema Energie auch sehr präsent hier im Kartenbild. Du kannst, glaube ich, ein bisschen eine positive Energie und eine Leichtigkeit gebrauchen, oder? Ja, sehr gut. Die kommen zu dir, kann ich dir sagen, schon innerhalb der nächsten Zeit tatsächlich. Ja, das liegt mir tatsächlich gar nicht so lang hier, ja. Und ein toller Wunsch wird sich erfüllen, was mit einer weiblichen Person zu tun hat. Die kommt wieder verstärkt in dein Leben. Aha. Alles, alles, liebe dir. Bin ich dir auch. Dankeschön. Danke. Ciao, tschüss. 01379-911-880 und liebe Regie, können wir jetzt anonym gehen? Können wir jetzt das Blitzlicht anonym machen? Mein Wunsch geht in Erfüllung. Jetzt sind wir anonym in meinem Blitzlicht hier, voller Power, voller Energie. Und ich weiß, da sind noch ganz viele Menschen vor dem Fernseher, die jetzt sagen, ja, Colin, ich möchte doch jetzt auch meine Beratung abholen. Jetzt kannst du mit etwas Glück vielleicht sogar schon mein nächster Gast hier sein, am Samstagmorgen, ihr Lieben. Wer holt sich jetzt seine Beratung ab? Hier nicht intensiv, aber anonym. Wir sind jetzt hier in meinem Blitzlicht, ihr Lieben. Wir sind hier in meinem Blitzlicht. Ganz, ganz klare Aussagen. Ganz, ganz klare Beratungen hier. Frage Glücksmomente. Dein Herbstglück. Oder den Rat der Engel. Was darf es für dich sein? Wo sagst du, ja, das möchte ich gerne haben? Das möchte ich gerne haben. Hier heute Morgen, damit ich einfach auch toll in das Wochenende starten kann. Da ist mein nächster Gast. Wen darf ich hier begrüßen? Ja, so gerne. Das schauen wir uns an. Gib mir doch mal bitte einen Stopp. Dankeschön. So, Spiritualität ist bei dir ein großes Thema. Weißt du, dass du spirituell bist? Ja. Du hast nämlich, du bekommst auch sehr gute Eingebungen von oben, die du sehr nutzen kannst. Also vielleicht können wir auch mal so eine Zusammensendung hier machen, ja. Weil da liegt mir eine tolle Möglichkeit. Du kannst da viel mehr draus machen, sodass es die anderen Menschen auch noch mehr nutzen können, ja. Deine Begabung, ja. Das liegt mir hier sehr, sehr positiv. Und du wirst es auch mehr, noch intensiver jetzt in der nächsten Zeit auch machen. Und wahrnehmen vor allen Dingen, ja. Ja, ich danke dir. Ich wünsche dir einen wundersch... Ja, dankeschön. Bis bald. Ciao. Du bist auch toll. Dankeschön. 01379-911-880-Blitzlicht-Anonym, ihr Lieben. Wer holt sich jetzt seine Beratung ab? In meinen, ja, in meiner letzten groben halben Stunde. Wir haben noch viel Zeit, ja. Da möchte ich noch ganz viele Beratungen hier schaffen. Live hier bei mir bei AstroTV aus Berlin, ja. Und dann bin ich erst mal weg für den August, ihr Lieben. Dann bin ich erst mal weg, ja. Also nutzt gerne diese Chance. Nutzt gerne diese Möglichkeit, hier heute Morgen am Samstag zum wunderschönen, an dieser wunderschönen, um diese wunderschöne Uhrzeit einzusetzen. Einfach, ja. Wir sind jetzt anonym, komplett diskret im Privatmodus. Wen darf ich hier begrüßen bei mir im Studio? Ja, wie schön. Was darf ich dir denn Gutes tun? Ja. Wir gucken mal drauf. Gib mir mal einen Stop. Alles entspannt. Ist doch alles gut? Dankeschön. Ja, also die liebe Anruferin ist, glaube ich, rausgefallen, wenn ich das richtig höre. Aber ich sage es dir trotzdem, deine Bereitung, du solltest auf jeden Fall nicht selbst diese Fahrt machen, sondern eher vielleicht auf die anderen Verkehrsmittel übergehen. So habe ich das hier liegen. Ja, aber die Reise wird super. Das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Ja, das ist ganz, ganz klar. 01379 911 880 aus Deutschland oder aus Österreich und der Schweiz. Die 0901 050987. Wer sichert sich jetzt seine ganz klare Beratung? Wer sichert sich jetzt seinen Blick in sein Leben? Und vor allen Dingen gucken wir ja, wie geht es weiter? Wie geht es denn bei dir weiter in deinem Leben? Wie sind deine Glücksmomente? Glücksmomente? Wo sind sie? In welchem Bereich deines Lebens? Kein Thema. Wir gucken uns das hier an. Wir gucken uns das hier an. Live und komplett anonym übrigens. Ja, ich höre dich nur auf meinem rechten Ohr. Und wenn du deine persönliche Beratung haben möchtest jetzt hier, ja, dann bin ich sehr gerne für dich da, weil wir sind anonym, ihr Lieben. Nur wir zwei. Nur wir beide. Ich höre dich hier rechts auf meinem Ohr. Das, was du sagst, hört nicht mehr die ganze Welt. Und wisst ihr was? Für euch machen wir das alles. Für euch machen wir das. Für euch. Für dich. Weil du möchtest vielleicht nicht in der Öffentlichkeit erkannt werden. Deswegen sind wir jetzt im Schutz, in der Geborgenheit, der anonymen Beratung, ihr Lieben. Und ich freue mich auf meinen nächsten Gast. Wer jetzt sagt, ja, ich hole mir meine anonyme Beratung ab. Wer sichert sich die? Wer sichert sich die? Einen wunderschönen guten Morgen. Colin spricht. Du sicherst dir deine anonyme Beratung, gell? So soll es sein. Wie schön. Ja. Ein Stopp. Dankeschön. Dann schauen wir doch mal bei dir. Also wie gesagt, mir liegt hier erstmal auch wieder bei euch beiden die Kraft und Stärke, die tolle Energie. Und mir liegt die Beständigkeit hier. Also es ist nichts einfach mal so, was nur einen Monat hält oder so. Ja. Weil da liegt mir der positive Fluss. Ihr werdet mit der Zeit noch immer noch, auch wenn ihr in der Beziehung seid, noch viel enger zusammenkommen. Ja. Und es wird eine tolle Zeit. Und die Beständigkeit liegt hier. Also auf jeden Fall. Ja. Aber sowas von. Oder finde ich auch. Aber sowas von. Alles Liebe dir. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen und unter redaktionellen Gesichtspunkten. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Den nicht ausgewählten Anrufern wird dies durch eine Ansage mitgeteilt. Auch in diesem Fall ist der Anruf kostenpflichtig. Die Teilnahme an der TV-Beratung ist nur volljährigen Anrufern gestattet. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Und zack, ihr Lieben. Da sind wir wieder zurück. In meinem Blitzlicht, ihr Lieben. Und wir sind anonym. Wir sind jetzt komplett anonym. Wir sind ganz intensiv. Noch nicht intensiv, aber wir sind anonym. Ich freue mich, dich jetzt gleich hier bei mir im Studio zu begrüßen. Ich hole dich hier persönlich ab. Ich hole dich hier persönlich ab. Bei mir hier am Tischchen. Und dann gehen wir zusammen hier hinten an die Beratung. Und dann schauen wir. Und dann nehme ich mir richtig viel Zeit für dich. Dann nehme ich mir Zeit für dich. Und wir können genau schauen, wie dein Leben weitergeht. Wie es bei dir weitergeht. Ja, das können wir uns anschauen. Ich warte hier auf meinen nächsten Gast. Ich warte hier. Ich freue mich auf dich, wenn du gleich mit etwas Glück bei mir landest. Wenn du gleich mit etwas Glück hier mein nächster Gast im Studio bist. Komplett anonym. Unter zwei Öhrchen. Niemand hört dich. Ich wiederhole deinen Namen nicht. Ja, weil ich respektiere die Anonymität und die Diskretion. Ganz, ganz klar. Wer holt sich das ab? Wer holt sich seine anonyme Beratung ab? Ich freue mich. Ich freue mich, ihr Lieben. Wo seid ihr? Da ist mein Gast. Hallo. Einen wunderschönen guten Morgen. Colin spricht. Guten Morgen. Komm, wir gehen mal zusammen ans Tischchen. Und dann gucken wir mal für dich. Was darf es denn sein? Ja, so gerne. Das gucken wir uns doch an. Gib mir doch mal bitte einen Stopp. Dankeschön. Dann schauen wir doch mal. Mir liegt hier eine positive Überraschung von einem männlichen Wesen, wenn ich das mal so sagen darf. Gibt es bei dir jemanden? Oha. Weil da liegt mir eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, jemanden über Gespräche, über eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, jemanden kennenzulernen. Über eine Einladung. Ich habe hier eine Veranstaltung, wo du diesen Mann kennenlernen wirst. Auf der freundschaftlichen Ebene werdet ihr euch kennenlernen und werdet dann in eine Beziehung zusammengehen. Was hältst du denn davon? Das Ganze, dieses Treffen, diese Veranstaltung wird schon in einem Monat spätestens sein. Lass dich mal überraschen. Es wird richtig, richtig schön, kann ich dir sagen. Ich danke dir. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Dankeschön dir auch. Ciao. Tschüss. 01379 911 880, Blitzlicht anonym, ihr Lieben. Ich habe so Energien hier. Ich möchte dir was davon abgeben. Ich bin so aufgeladen in meiner allerletzten Stunde im August. Dann bin ich erst mal weg, ihr Lieben. Dann bin ich erst mal weg von der Bildfläche. Vom 14. bis 16. September bin ich wieder hier. Einen wunderschönen guten Morgen. Colin spricht. Ja, wie schön, dass du bei mir bist. Was darf ich dir denn Gutes tun? Ja, das gucken wir uns doch an. Wie gefällt dir denn die Sendung heute Morgen? Ach ja, wie schön. Gib mir da mal bitte einen Stopp. Dankeschön. Wie schön, dass du schon so früh mit mir aufgestanden bist heute Morgen. Ach, wie cool. So, schau mal. Also hier liegt mir das Glück auf dem Thema Finanzen. Auf der einen Seite. Ja, da liegt mir das absolute Glück drauf. Mit dem Schlüssel des Erfolges ist aber auf der anderen Seite auch Harmonie im Freundschaftsbereich. Was wirklich zurückkommen darf. Habe ich so ein bisschen das Gefühl, da war es in der Vergangenheit auch nicht so einfach, ja. Da darf es jetzt endlich nach vorne gehen, ja. Das dauert noch ein bisschen, sei ich dir ehrlich, wie es ist. Ja. Aber er kommt zur richtigen Zeit. Das kann ich dir sagen, ne. Alles, alles Liebe dir. Dankeschön. Du bist ja ganz lieb. Ach ja, wie cool. Ciao, tschüss. Ja, Freundschaften, ihr Lieben. Das ist wirklich, was wären wir ohne Freunde. Ja, da ging es jetzt gerade um das Thema Freundschaften. Ihr habt es ja gehört. Da ging es ja darum, dass wieder Harmonie in den Freundesbereich reinkommt. Und mal ganz ehrlich, ihr Lieben. Ich sage es euch mal, wie es ist. Wie doof ist es denn, wenn der Freundschaftsbereich nicht funktioniert. Wenn es da nicht läuft. Ja. Wenn du einfach das Gefühl hast, wenn du dich mit jemandem triffst, mit einer vermeintlich guten Freundin oder einem guten Freund und dann merkst du eigentlich, dass dir das mehr Energie zieht als gibt. Sage ich dir ganz ehrlich, trenne dich davon. Trenne dich dann von diesen Freunden, weil somit kommst du einfach mehr in deine Kraft und Stärke und kannst da viel, viel mehr von profitieren, ja. Aber deswegen, das sind Themen, die wir uns anschauen können. Hier bei mir, heute, morgen. Ja, wir haben es noch nicht mal 10 Uhr, ja. Und wisst ihr was, ihr Lieben? Jetzt machen wir was ganz Exklusives. Jetzt gibt es für jeden Anrufer, der hier zu mir kommt, 60 Sekunden Beratung. Wir blenden sogar eine Uhr ein, ihr Lieben. Eine Uhr, da seht ihr es. Ihr seht sie. Hoppala. Hier. Ihr seht sie eingeblendet. 60 Sekunden Beratung für jeden, der bei mir ist. Der bei mir hier durchkommt. Ihr habt die Uhr gesehen, die kommt dann immer rein, ja. Also wer holt sich jetzt seine 60 Sekunden Beratung ab? 60 Sekunden. Hier heute definitiv bei mir live. Heute Morgen in meiner allerletzten Sendestunde im August. Und ihr Lieben, wir suchen hier schon den Anrufer, der jetzt hier seine 60 Sekunden Beratung abholen möchte. Wer sichert sich seine 60? Wer holt sich diese 60 Sekunden Beratung ab? Die 60 Sekunden Beratung ab sofort für jeden Anrufer mit deinem Thema. Mit deinem Thema. Und jetzt. Wer holt sich die ab? Ich gehe schon mal hinter mein Tischchen und warte jetzt nur noch auf dich, dass du hier zu mir kommst. Wer sichert sich seine 60 Sekunden Beratung? Die Uhr wird eingeblendet, ihr Lieben. Da ist mein erster 60 Sekunden Beratungsgast. Wen darf ich hier begrüßen? Ja, wie schön, dass du doch mal da bist. Was darf ich dir denn Gutes tun? Ja. Ein Stopp. Dankeschön. Ja. Die tiefen Gefühle liegen mir hier, aber es ist gerade so ein bisschen stagnierend. Und es ist gerade ein bisschen schwer, wenn ich das mal so sagen darf, ja. Er kommt mehr aus sich raus in der nächsten Zeit, kann ich dir sagen. Die tiefen Gefühle liegen hier und die entwickeln sich auch ins Positive. Es geht nach vorne mit euch beiden, ja. Ihr kommt beide in eine tolle Zeit und es liegt mir auch die Beständigkeit hier. Also es wird richtig, richtig schön werden. Und es ist vor allen Dingen so, dass ihr wirklich auch auf Ewigkeit zusammenbleiben könnt, ja. Also mir liegt hier wirklich die innige Beziehung bei euch. Alles, alles Liebe dir. Du. Dankeschön. Ciao, tschüss. Ja, ihr Lieben, das war sie. 60 Sekunden Beratung für jeden, der hier durchkommt. Und ihr könnt so viele Fragen in 60 Sekunden stellen, wie ihr möchtet, ja. Wir haben die Zeit, wir haben jetzt, die liebe Regie blendet sogar eine Uhr ein, ja. Und wir haben 60 Sekunden Zeit. Wer holt sich diese Beratung jetzt ab? 60 Sekunden Beratung. So viele Fragen, wie du nur möchtest in dieser Zeit. Diese Zeit haben wir. Die Uhr wird schon eingeblendet. Wer holt sich jetzt seine 60 Sekunden Beratung hier heute Morgen ab, ihr Lieben, in meiner letzten Sendestunde anonym. Komplett anonym. Wer holt sich das ab? Seine, deine 60 Sekunden Beratung hier live anonym. Mehr geht nicht, ihr Lieben. 60 Sekunden Beratung für jeden, der hier zu mir ins Studio durchkommt, ja. So viele Fragen, wie wir in 60 Minuten, äh, 60 Minuten, 60 Sekunden beantworten können. Einen wunderschönen guten Tag. Colin spricht. Guten Morgen, was darf ich denn für dich schauen? Ja. Ja, was möchtest du da wissen? Gib mal einen Stopp. Dankeschön. Wir schauen mal. Oh ja, die sind aber sehr blockiert. Also, da liegt mir auch so das Thema Neid irgendwie im Kartenbild. Also, äh, ich weiß jetzt gar nicht, welchen, welchen Bereich das bei dir sein könnte, aber da liegt mir Neid bei denen, die kommen auch nicht so ganz aus sich raus, ja. Und die, äh, die Kommunikation liegt mir sehr schwierig da, aber sie werden auch in der Zukunft mal wieder auf dich zukommen, so kann ich das sagen, ja. Ähm, hast du noch eine Frage, die ich ganz schnell beantworten kann? Spiritualität liegt mir hier. Du kannst auf jeden Fall mehr in Energie arbeiten machen, ja. Energie Arbeit. Alles Liebe dir. Ich muss jetzt raus, 60 Sekunden sind rum. Alles Liebe dir. Ciao, tschüss. Für jeden die gleiche Zeit, ihr Lieben. 0, 1, 3, 7, 9, 9, 1, 1, 8, 8, 0, 60 Sekunden Beratung. Für jeden, der hier bei mir heute im Studio landet, ihr Lieben. Jetzt anonym, jetzt anonym und diskret. Wer hat jetzt auch Fragen, auf die ich hier die Antworten habe? 0, 1, 3, 7, 9, 9, 1, 1, 8, 8, 0. Mit hohen Energien starten wir hier in diesem Samstag, in meiner allerletzten Sendestunde im August. Dann bin ich erst mal weg. Dann bin ich erst mal weg von der Bildfläche und komme erst wieder am 14. September zu euch. Ja, und freue mich da auch jetzt schon riesig. Aber wir nutzen jetzt die Zeit. Wir nutzen jetzt die letzten 20 Minuten dieser Sendung, ihr Lieben. 60 Sekunden Beratung für jeden, der hier durchkommt. Und du kannst so viele Fragen stellen, wie du möchtest. Ja, in dieser Zeit. Ja, wir haben 60 Sekunden. Danach muss ich wirklich das Gespräch beenden. Für jeden die gleiche Zeit. Hier heute Morgen. Wer holt sich das ab? Wer sichert sich seine Beratung? Hier heute. Heute Morgen. 60 Sekunden Beratung. Für jeden Gast, der hier zu mir durchkommt. Aber achtet auch weiterhin auf das Laufband mit der schwarzen Schrift. Da sind alle Teilnahmebedingungen und Mitmachregeln für diese wunderschöne Live-Sendung hier enthalten. Und wir sind jetzt hier zusammen. Bis um 10 Uhr, ihr Lieben. Wer sichert sich das? Wer sichert sich jetzt seine 60 Sekunden Beratung? Hier heute Morgen live. In meiner letzten Stunde, wie gesagt, also ich bin dann, um Punkt 10 bin ich hier raus, ihr Lieben. Wer sichert sich das? Wer sichert sich seine 60 Sekunden Beratung? Und ich gehe jetzt auch schon mal nach vorne, um dich in Empfang zu nehmen. Wer sichert sich seine 60 Sekunden Beratung hier heute Morgen? Du darfst so viele Fragen stellen, wie in 60 Sekunden nur möglich sind. Und ich habe die Antworten mit meinen Karten. Wer holt sich das ab? Vielleicht bist du gleich die Person, die hier bei mir im Studio landet. Wer holt sich das ab? Oh mein Gott. 60 Sekunden Beratung für jeden, der jetzt hier durchkommt. Du stellst mir deine Fragen und du kannst dir deine Antworten bei mir hier abholen. Heute Morgen. Wer sichert sich das? Oh Gott. Da ist er. Wen darf ich begrüßen hier bei mir im Studio? Dich habe ich ja schon vermisst die letzten Tage. Wie schön, dass du bei mir bist. Was darf ich dir denn Gutes tun? Was darf ich denn für dich denn jetzt schauen? Ja. Ja, so gerne. Gib mir doch mal bitte einen Stopp. Ach Mensch, du bist so toll. Du bist so klasse. Wie schön, dich mal wieder hier zu begrüßen. Ich umarme dich ganz, ganz lieb zurück. Ja, also wirklich. Mir liegt hier das Thema Verträge sehr, sehr präsent im Kartenbild auf dem Thema Glück. Darfst du jetzt dann nochmal prüfen lassen. Da wird noch was zu deinem Gunsten geändert. So habe ich das hier liegen, ja. Also da kannst du auf jeden Fall noch was für dich rausziehen, Positives, ja. Und mir liegt hier auch das Thema Reisen tatsächlich. Ob du es glaubst oder nicht. Reisen, Ausflüge. Hast du denn noch eine Frage schnell? Zwei Wochen maximal habe ich direkt hier liegen, ja. Maximal. Ich drücke dich ganz doll und wünsche dir... Dankeschön. Ciao. Tschüss. Dir auch. Danke. Ciao. Wow, ihr Lieben. 01379-911-880-60-Sekunden-Beratung. Für jeden, der hier durchkommt. Und wir sind anonym, ihr Lieben. Wir sind komplett anonym und diskret. Niemand hört dich. Niemand hört dich, ihr Lieben. Niemand hört dich, der jetzt hier zu mir ins Studio kommt. Komplett anonym und diskret. Und die Zeit läuft uns durch die Finger, ihr Lieben. Die Zeit läuft uns so durch die Finger und durch die Hände. Es ist Wahnsinn. Also möchtest du jetzt auch noch antworten auf deine Fragen, ja. Möchtest du auch noch deine Antworten hier abholen? Wir können uns das schauen. Wir können uns das anschauen. Wir können uns deine Antworten hier heute anschauen. Wer holt sich das ab? Wer holt sich seine Beratung ab? Seine 60-Sekunden-Beratung. Oh Gott, Leute, der Trommelwirbel. Ihr wisst, dann werde ich nervös. Wer holt sich das ab? Wisst uns. Ich bin gespannt. 60-Sekunden-Beratung, ihr Lieben. Für jeden, der jetzt hier durchkommt. Wer sichert sich das? Oh Gott, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn ihr jetzt eingeschaltet habt. 60-Sekunden-Beratung für jeden, der hier durchkommt. Gleiche Zeit. Oh, Leute, wann kommt denn jetzt mein nächster Anrufer? Ich gehe jetzt hier schon mal auf die Position. Ich gehe schon auf Position. Es muss nur noch klingeln jetzt. Wer holt sich seine 60-Sekunden-Beratung ab? Mein nächster Gast. Hier. Hier, komm. Das gibt es doch gar nicht. Ihr Lieben, das gibt es doch gar nicht. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich hole dich ab hier. 60 Sekunden ausschließlich für dich. Wer holt sich das? Oh Gott. Leute, was macht ihr mit mir? Ich bin so nervös. Wer holt sich das ab? Oh Gott. Leute, was ist hier los? 60-Sekunden-Beratung für jeden, der hier durchkommt. Leute. Wer sichert sich das? Aber jetzt kommen erst mal die wichtigen und richtigen Infos. Bitte gerne dranbleiben. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen und unter redaktionellen Gesichtspunkten. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Den nicht ausgewählten Anrufern wird dies durch eine Ansage mitgeteilt. Auch in diesem Fall ist der Anruf kostenpflichtig. Die Teilnahme an der TV-Beratung ist nur volljährigen Anrufern gestattet. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Wo seid ihr, ihr Lieben? 60-Sekunden-Beratung für jeden, der hier durchkommt. In meiner letzten Sendestunde. Wir haben nur noch bis um 10, dann bin ich hier weg. Oh Leute. Der Wirbel trommelt schon. Der Trommel wirbelt schon, ihr Lieben. Hallo, wo seid ihr? Was ist hier los? Was ist hier los? Wo bist du? Da ist er. Perfekt. Wen darf ich hier begrüßen im Studio? Ja, guten Morgen. Wie schön, dass du da bist. Was? Dankeschön. Was darf ich dir Gutes tun? Ja, so gerne. Die gucken wir uns an. Ein Stopp, bitte. Dankeschön. Dann schauen wir doch mal bei dir. Bei dir liegt mir der häusliche Bereich hier sehr, sehr schön. Hast du davor mal was zu verändern? Also so mal umzudekorieren oder einfach mal, weißt du, so mal die Möbel, die alten mal raus, einfach mal sich neu einrichten. Das liegt mir sehr, sehr präsent hier im Kartenbild. Die finanziellen Mittel liegen dir laut dem Kartenbild, aber auch da. Also du kannst es machen, ja. Und das liegt mir sehr, sehr schön hier im Kartenbild, ja. Du kannst diese Möglichkeit nutzen und du wirst auf jeden Fall auch dir das richtig zu Hause nochmal richtig, richtig schön machen, so ein bisschen liegen. Mit dem absoluten Glück auf der Wunscherfüllung, die jetzt hier wirklich auf dich zukommt. Also es wird richtig toll werden, kann ich dir sagen. Hast du denn noch eine Frage jetzt? Ganz schnell, wir haben nur 60 Sekunden, 57 Sekunden haben wir jetzt. Jünger, ja. Alles Liebe dir, ich muss raus. Dankeschön, ciao, tschüss. 01379-911-880, 60 Sekunden Beratung für jeden, der jetzt hier durchkommt bei mir im Studio. Und ihr seht es, ich nehme das wirklich genau. Dann müssen wir das Gespräch beenden nach 60 Sekunden, ja. 60 Sekunden Beratung für jeden, der hier heute noch in meiner letzten, in meinen letzten Minuten durchkommt. In den letzten Minuten dieser Sendung, ihr Lieben, nutzt es gerne noch aus. 60 Sekunden für jeden von euch, der mit etwas Glück hier bei mir im Studio landet. Wer holt sich das ab? Wer holt sich seine 60... Oh Gott, jetzt kommt der Trommelwirbel schon. Leute, was ist hier los? Was ist hier los? Wer holt sich das? Ihr Lieben, hallo? Wo ist er denn? Wo ist der Anrufer? Ich bin hier, falls ihr mich gesucht habt. Also, ich warte auf dich, wo bist du? Wo bist du? Du musst doch da sein. Hallo? Hallo? Wo bist du? Ich warte auf meinen Anrufer. 60 Sekunden Beratung. Ich bin so nervös, ihr Lieben, ihr wisst es. Also, ja. Wer sichert sich das jetzt? 60 Sekunden Beratung für alle meine Anrufer in den letzten Minuten dieser Sendung. Wer holt sich das? 60 Sekunden Beratung für alle, die hier durchkommen. Perfekt, da ist mein nächster Gast. Wen darf ich begrüßen? Ja, guten Morgen. Wie schön, dass du bei mir bist. Oh ja, so gerne. Die gucken wir uns an. Gib mir doch mal bitte einen Stopp. Dankeschön. Dann schauen wir doch mal bei dir. Mir liegt hier eine Überraschung auf dem Freundesbereich oder auch eine Einladung oder sowas. Mir liegen hier auch Möglichkeiten, wieder Menschen aus der Vergangenheit vermehrt zu treffen. Liegt mir sehr, sehr schön hier bei dem Kartenbild auf der Harmonie. Da kann sich auch tatsächlich wieder mehr entwickeln. Du kennst ja diese Menschen. Man hat Ewigkeiten, nichts von ihnen gehört. Dann kommen sie auf einmal wieder zu dir in dein Leben. Und hier kann ich dir auf jeden Fall sagen, das wird gut werden. Und das wird in eine tolle Beständigkeit auch gehen. Das kann ich dir auf der einen Seite sagen. Mir liegt zudem im Thema im Herbstbereich die Kraft und Stärke und die tolle Energie bei dir, die du für dich auch dann nutzen kannst. Hast du denn noch eine spezielle Frage? Finanziell, da gucken wir mal. Licht das Herz drauf. Also da kommt wirklich eine tolle Zeit auf dich zu. Also eine Zeit der Leichtigkeit, so kann ich das sagen, ja. Also das brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Ich drück dich ganz doll. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Und achtet weiter noch auf das Laufband mit der schwarzen Schrift. Da sind alle Teilnahmebedingungen und Mitmachregeln für diese wunderschöne Live-Sendung hier enthalten, ihr Lieben. Und wisst ihr, was das bedeutet? Das sind die letzten zehn Minuten. Dann gehe ich. Weißt du, wisst ihr, dann gehe ich schon. Dann gehe ich. Dann fahre ich auch direkt nach Hause. Dann bin ich hier weg. Dann gehe ich die Studiotür raus, ja. Aber wir haben noch zehn Minuten und ich möchte noch ganz viele 60-Sekunden-Beratung machen, ihr Lieben. Wo seid ihr? Hallo. Sprechen wir gleich schon miteinander. Du und ich. Ich würde mich freuen. Ich freue mich so sehr über jeden Gast, der jetzt hier heute noch durchkommt. Der hier heute Morgen diese Chance noch nutzt. Diese Chance, sich seine 60-Sekunden-Beratung abzuholen. Klarheit, ihr Lieben. Klarheit. Ja? Und da bekomme ich Besuch von der Gisela. Guten Morgen nochmal. Lieber Colin, ich habe schon gesungen. Dann gehe doch, aber vergesse es wiederkommen. Ja, ich freue mich, wenn ich wieder hier bin. Ich sage ja, ich habe, Colin, ich sage von meiner Seite als Berater an deine Seite, Dankeschön. Ich habe so viel gelacht. Ehrlich, du kannst gar nicht zunehmen bei den Wegen, die du da im Studio hin und her hast. Mensch, Gisela, ich glaube, ich muss jetzt schon gehen. Ich muss gehen. Ich gehe. Bleib. Kannst du das nicht? Gehe doch, bleib. Natürlich. Fertig machen. Ich sage danke für zwei wundervolle Stunden am Samstagmorgen. Ich danke dir. Das war mir wirklich eine Ehre, mit dir hier heute Morgen das Programm zu gestalten zu dürfen. Ich finde es cool. Dankeschön, Darf. Ich wünsche dir schon mal eine tolle Sendung gleich. Dankeschön, Colin. Ciao. Tschüss. Ja, zack. Und dann bin ich schon wieder alleine hier. Und ich möchte jetzt noch ganz viele Beratungen machen. Die letzten Minuten meiner letzten Sendung im August, ihr Lieben. Wo seid ihr? Und wir haben noch ganz viele Möglichkeiten. Wir haben noch genug Zeit, um also 60 Sekunden Beratung zu machen. Ja? Liebe, ähm, genau. Ich habe jetzt hier schon das Set gewechselt und freue mich jetzt auf die nächste 60 Sekunden Beratung. Perfekt. Wen darf ich hier begrüßen? Nee. Wie schön. Guten Morgen nochmal. Oh ja, so gerne. Das schauen wir uns doch an. Gib mir doch mal bitte einen Stopp. Dankeschön. Intuition und Downloads heißt es hier. Du hast eine tolle Intuition. Du hast eine Gabe, ja, von oben, so kann ich das sagen, die du für dich nutzen kannst, ja. Du hast ein gutes Bauchgefühl. Wenn du spürst, Menschen sind zum Beispiel nicht ehrlich, dann ist das auch meistens so, wenn ich das mal so sagen darf, ja. Also du hast eine gute Intuition. Du hast eine tolle Möglichkeit, das auch für dich zu nutzen, ja. Und das nutzt du jetzt in der nächsten Zeit noch verstärkt. Das kann ich dir sagen. Hast du denn noch eine Frage, wo wir drauf schauen können? Ja. Gib mir nochmal einen Stopp. Dankeschön. Da liegt mir die Verankerung drauf. Auf der Spiritualität mit dem absoluten Glück. Du machst da noch ein bisschen zu wenig, so liegt mir das hier, ja. Du kannst da viel mehr machen, auch was mit Karten und was auch mit Engeln angeht. Du hast da eine tolle Verbindung. Doch, die kommt jetzt. Alles Liebe dir. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Ihr Lieben 01379. 911 880. Bitte. Ihr Lieben, die letzten Minuten der Sendung. Und wisst ihr was? Ich mache jetzt mal einen ganz Schmankerl. Ich mache jetzt euch einen ganz großen Schmankerl. Denn jetzt die letzten Minuten gehen wir noch intensiv. Wir gehen jetzt noch komplett intensiv und anonym. Intensiv und anonym. Die letzten Minuten der Sendung. Dann bin ich weg. Dann bin ich wirklich für den August weg. Das sage ich euch, wie es ist. Aber noch sind wir intensiv. Noch sind wir intensiv jetzt und anonym in den letzten Minuten dieser Sendung. Wer holt sich jetzt seine Beratung ab? Wer holt sich das ab? Ich warte hier auf dich. Ich warte hier auf dich. Damit ich dich hier in Empfang nehmen kann. Am Samstagmorgen. Intensiv und anonym. Der große Rundumblick. Alle 36 Karten des Lennermords für dich ausgelegt. Vielleicht sagst du aber auch einen Finanz- oder Liebesblick. Den hätte ich ganz gerne. Jetzt bietet sich die Möglichkeit an. Jetzt. Weil jetzt sind wir noch zusammen. Wir sind noch zusammen und wir können noch so viel erreichen, wir zwei. Du und ich. Vielleicht bist du mein nächster Gast hier. Bei mir im Studio. Intensiv und anonym. Ihr Lieben. Jetzt habe ich Zeit für dich. Jetzt habe ich Zeit für dich. Es ist keine Minute mehr, die wir eben hatten. Jetzt nehme ich mir so viel Zeit. Und du kannst auch noch mal eine Rückfrage stellen oder zwei. Kein Thema. Ich freue mich auf dich. Wer holt sich das ab? Wer sichert sich das? Intensiv und anonym. Dein Rundumblick. Oder dein Finanz- oder Liebesblick. Vielleicht sagst du auch, ich möchte gerne die vier Wochenlegung haben. Ja. Jede Woche listen wir einzeln auf. Ab nächste Woche und schauen, wie geht es denn da bei dir weiter. Und deinen absoluten Glückstag. Den bekommst du auch noch oben drauf. Wer holt sich das ab? Seine intensive Beratung. Anonym. Die letzten Minuten meiner Sendung, ihr Lieben. Ich bin dann wirklich weg. Für den August. Ich komme erst im September wieder. Und ich freue mich auf dich. Wer holt sich das ab? Und ich bin total nervös, weil ich weiß, da sind noch ganz viele Menschen, die sich das abholen möchten. Wer holt sich das ab? Intensiv und anonym. Die letzten Minuten dieser Sendung sprechen wir gleich miteinander. Intensiv und anonym. Ich freue mich auf dich. Die letzten Minuten dieser Sendung. Die allerletzten. Wer sichert sich seine Beratung? Intensiv und anonym. Ihr Lieben. Ich wünsche es jedem. Ich wünsche es jedem, der sich das jetzt sichert. Intensiv und anonym. Intensiv und anonym. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht, ihr Lieben. Hallo, wo bist du? Oh Gott. Leute. Was ist hier los? Wer holt sich das ab? Die intensive Beratung anonym. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich drauf. Wer sichert sich das? Intensiv und anonym. Ich bin dann weg. Da ist mein intensiver und anonymer Gast. Wen darf ich begrüßen? Na, ich bin... Nee. Wie schön. Was darf ich dir denn jetzt Gutes tun? Ja. Gibt mal ein Stopp. Dankeschön. So. Guck mal, hier liegt doch direkt die Beständigkeit bei euch beiden. Ja, also er ist dir auf jeden Fall treu. Und er ist auch nicht auf der Suche auf jemand anders. Warum? Denn er hat dich doch. Ja. Ich verabschiede mich jetzt ganz kurz. Vielen Dank für die tolle Zeit mit euch. Ich bin ab dem 14. September wieder hier. Ich bleib euer Colin Sperg. Bleibt ihr bitte so wie ihr seid. Es war mir ein großes Fest. Ciao, ciao und tschüss. Bis zum nächsten Mal.